Hallo und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft in Nethersturm, ihr Lieben. Und man sieht es schon auf der Minimap, hier ist richtig viel zu tun, Alter. Hier ist richtig was los, hier steppt der Bär, hier tanzt der Wolf. So, jetzt geben wir das erstmal ab, außerirdische Früchte, ihr wollt. Ihr seid eingestellt, ach das ist ja nett. Sammelt 10 Astralithium Matrixkristalle und kehrt dann zu Raketenchef Doppeldecker zurück. Okay, jetzt müssen wir erstmal ganz in Ruhe. Moment, da draußen der Flugpunkt. Und ich habe auch meinen Schwarzdrachen rausgeholt, nachdem wir beim letzten Mal so schön hier die Schwarzdrachen aufgespießt gesehen haben. Da wollte ich meinen auch rausholen. So, sprecht mit dem Organisator des Braufestes. Achso, warte mal, ist der hier in der Nähe? Keine Ahnung. Sprecht mit dem Organisator des Braufestes. Das ist, wer ist das? Veronia. Der Veronia fehlt ein C. Warte mal, da hinten ist noch irgendwie... Hier war doch gerade... Hier habe ich doch eben ein Ausrufezeichen. Verarscht mich doch hier. Ausrufezeichen gesehen. Also, was willst du denn hier, mein Freund? Besorgt Erzmagier Vargotsstab von Akorash, der Inquisitorin, und bringt ihn zu... Hast du nicht gesehen in Area 52? Um Ikorash aus ihrem Verstecker rauszulocken, streut das Beschwörungspulver auf die Kohlenpfanne in der Mitte der Ruinen. Hier war doch eben ein Ausrufezeichen, hier bei dem Schmied. Es ist eine Frechheit. Es ist eine Bodenlose Frechheit. So, was möchtest du? Besorgt ein Kristall-Artefakt von Arklon und bringt es zu Netherpirscher Kaiji G in Area 52. Eieiei, so, was möchtest du? Sammelt fünf Stück Schieferhautschiefer... Was? Schieferhautschiefer und bringt sie zu Stiefels. Was hast denn du da gerade noch zu? Hör mal. Was habt ihr denn im Angebot? Ach, Getränke. Ah, okay, cool. Oh, schön, bin ich gerade schon mal, äh, mein Schrott losgeworden. Äh, bisschen Platz haben wir ja auch. Warte mal, da ist doch noch einer irgendwo. Wo haben wir den denn? Ach, hier. Warte, hier ist noch was. Äh, Vernichterservo. Besorgt einen Vernichterservo und bringt ihn zu Papa Mauschel. Oh Gott. Tötet Netherbrock und meldet euch danach bei Raketenchef Doppeldecker. Empfohlene Spieleranzahl jeweils zwei. So, Freunde. Sind wir jetzt hier alle glücklich? Vernichterservo Netherbrock. So, warte mal. Dann versuchen wir das gleich mal ganz arrogant hier, äh, zuerst. Äh, jetzt muss ich mir erstmal hier... Warte mal, Schieferhautschiefer... Seid ihr das hier? Ja, werden wir gleich sehen. Ja, okay. Ja, ja. Alles gut, alles gut. So, habt ihr was ich brauche? Nein, haben die nicht. Das ist natürlich doof. Das heißt aber nicht, dass sie es gar nicht haben. Das heißt, nur diese beiden hatten es nicht. Vielleicht. Versuchen wir mal unser Glück bei dir. Gott, du bist aber auch hässlich. Aha. Alles klar. Also, die sind das. Sehr schön. So, was haben wir hier für Vernichterservo? Wer hat denn sowas hier mal? Hat mir ja wieder hier im Tool nicht angezeigt. Warte mal, Vernichterservo. Hm, Frau meiner Schmiede Bena im Westen. Ersatzteile. Arkanvernichter. Okay, wahrscheinlich droppen die das hier einfach, oder? Okay, wir probieren mal unser Glück hier oben. Gibt nichts anzugreifen. Warum nicht? Ja. Virologen. Ja, 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 ja. Keine Panik hier. Mann, da kommen aber auch gleich viele. Warum? Hm. So. Hat einer von euch irgendwas Tolles verloren? Nein. Hat es nicht. Besucht Vernichterservo. Aber das ist eine Gruppenquest. Darf ich nicht. Wenn das doch eine Gruppenquest ist, dann müsste das doch eigentlich ein Gegner sein, oder nicht? Oder wie, oder was? Oder es ist eine Gruppenquest, weil hier so viele auf einmal kommen? Kann ja auch sein. Hm. Ich versuche mein Glück hier gerade nochmal. Ja, ja, da kommen nämlich dann gleich alle. Hm, das kann schon sein. Und irgendeiner droppt das dann. Ja, nun, fall halt um, du dumme Kuh. Hm. Nee, auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist so. Dass es kein großer Endgegner ist, sondern eben ganz viele. Hm, das ist natürlich doof. Was haben wir hier in Netherbrook? Warte mal. Dann fliegen wir den erst mal vielleicht gerade an. Der soll hier unten sein. Oh, da. Da ist er. Das ist aber mal ein ordentlicher Klops hier. Na gut, Kretze go. Mach's um. Sollte ja kein Problem sein, hoffe ich. Nein, es gab kein Problem. Also, okay. Er könnte jetzt doch zum Problem werden. Ja, der Große ist jetzt auch noch dazwischen. Das ist ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, ja, komm her. Mach's weg, mach's weg, mach's weg. Wie viele sind denn das, alter Schawutzki? Boah. Okay. Äh, ist nicht ganz unberechtigt, dass das eine Gruppenquest war, ihr Lieben. Äh, kann es sein, dass Kretze auch gerade das Zeitliche gesegnet hat, ne? Naja. Okay. Äh, warte mal. Äh, steig mal ab. Ja, ja. Kretze hat es hinter sich. Das tut mir leid. Hier, wir könnten Wuff auch mal wieder rufen. Oh, der Begleiter ist tot. Schlecht. Der Begleiter ist auch tot. Tier wiederbeleben. Warte. Äh, Hilfe. Bei mir sind alle Tiere tot. Das kann ja nicht wahr sein. So, Kretze ist auf jeden Fall, äh, wieder am Start. Ja, da freust du dich. Genau. So, können wir uns hier gleich wieder ins Getümmel stürzen. Ich bin mir aber gerade wirklich immer noch nicht sicher, ob ich das hier richtig mache. Also, Vernichterservo. Ja, ganz toll. Guck mal. Gucken wir uns hier mal gerade. Das hält mich natürlich jetzt super auf hier. Weil ich mir auch gar nicht sicher bin, ob ich das richtig mache. Oder müssen wir da in die Schmiede rein. Wäre ja auch möglich, ne? Warte mal. Ähm. Vielleicht müssen wir da rein. Mal gucken, wo wir hier überhaupt rein können. Hatten die nicht auch hier so Nebeneingänge oder so? Oh, ich weiß es gerade überhaupt nicht mehr. Es ist schon so lange her. Da geht's rein, ne? Wir können ja mal vorsichtig hier gucken. Schwer zu sagen. Oh. Ja. Schön. Steht ein Allianzler rum. Hm. Vorwalter Teredes. Der hilft mir, glaube ich, aber auch nicht. Da, 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 da. Nee, nicht wirklich. Steuerkonsole B, na. Kann ich hier irgendwas... Ähm. Hä? Ja. Komme ich ja nicht dran. Hm. Gaffe ich gerade nicht. Hä? Wo ist denn jetzt... Hier ist das Zeichen. Kommen wir denn da mal irgendwie gerade hin? So, warte mal von... Ach, hier. Ja, natürlich. Du stehst direkt in der Steuerkonsole. Logo, ey, mein Freund. So, warte mal. Wollen wir die jetzt mal hier... Sumpf vor Energie. Merkwürdige Glööfen werden für euch projiziert und laufen schnell vor euren Augen ab. Super. Nö, das hat mir jetzt auch nicht wirklich geholfen. Okay. Also, ganz offensichtlich auch nicht hier drin. Das ist ja doof. Wir kriegen hier heute gerade gar nichts geregelt, ne? Das ist nicht der richtige Ausgang. Ach, Mann, aber auch. Bin ich denn jetzt hier reingekommen? Hä? Scheedkrom. Ja, ja, hau ab, du Arsch. Wo bin ich denn hier reingekommen? Da, ne? Ja, Alter. Verpiss dich. Ich will hier raus. Brrrr. Ja, gut, hier war's. Hm, Vernichter-Servo. Na dann. Äh, oh. Äh, oh. Äh, Tagchen, Freunde. Na, wie ist so? Geht's euch gut, ja? Äh, äh. Ei, ei, ei. Äh, okay. Glaube ich verzwiebel mich mal hier. Ähm, so. Dann machen wir jetzt erstmal was anderes. Äh, äh, äh. Äh, Kristalle. Erzmerkjus-Stab. Ja, komm her. Dann machen wir jetzt erstmal hier den Schiefer. Mann. Ist aber auch so blöd, dass das nicht irgendwie gescheit angezeigt wird, hier in den Tooltips. Warte mal. Oh, warte mal. Das will ich aber. Ja. Ah, okay. Also bei denen funktioniert es nicht, äh, sie einfach zu ignorieren. Das ist sehr schade. Äh, ja, ja. Wenn ich die Tasten treffen würde, würde es besser gehen. Ich stelle mich gerade an wie der erste Mensch hier, ne? Ich merke das selber. Aber auch nur, weil ich gerade nicht so richtig weiß, was ich, äh, tun soll wegen dem Servo. Na ja, na ja, na ja, na ja. Dann holen wir uns erstmal die anderen hier. So, mein Freund. Kackchen. Was ich wenigstens euch heute hier noch fertig kriege. Das fände ich doch mal schon mal sehr schön. Wenigstens eine Aufgabe hätte ich gerne fertig. Oh, ich könnte auch meine Netherrochen rausholen. Sehe ich hier gerade. So, zwei von fünf. Ey, komm du mal ins Target hier, bitte. Sehr schön. Drei von fünf. So, du, mein Freund. Nee, nix entkommen. Alter. Jo, der hängt da voll in dem Stein. Ups. Was war das jetzt? Ist er ja voll hier rumgebackt. Nee, der ist kaputt. Krätze, komm, der ist kaputt. Der will nicht. Hier, machen wir den. Der andere wird da oben in dem Stein vergammeln, fürchte ich. So, warte mal. Du bist mir hier ein bisschen schnell unterwegs. So ist das mal schön aufgehalten, mein Freund. Sehr schön. Nummer vier. Okay, das war klar, dass der keinen hat. Die Gegend ist echt gruselig hier. Ich finde, man hat hier immer so ein bisschen leichte Panik abzustürzen irgendwo. Weil hier alles irgendwie so den Berg runter geht, ne? Auf einmal kommt dann der Abgrund und man hat es gar nicht mitbekommen. Was willst du denn, sag mal? Hat hier jemand Null gewählt, dass du dich meldest? Puh. So, dankeschön. Aufsitzen. Und go. Äh, nein. Wir wollen ein bisschen geradeaus mal fliegen hier. Ähm, so. Obwohl, da hinten könnte ich eigentlich auch gleich noch hin, ne? Was war das? Kristalle. Okay. Kristalle holen wir uns noch. Wenn das denn hier Funktion nackelt. Oh, oh, oh. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Eine Quest. Nicht nur eine, sondern auch gleich zwei. Benutzt den Batterieladeblaster bei genügend Phasengegern, um den Batterieladestatus auf 10 zu bringen. Bringt die Batterie danach zurück. Oh, weia. Jetzt wird es technisch hier. Äh, begleitet Max E Million Nummer 5 durch die Ruinen von Enkart und wieder in Sicherheit. Spricht dann mit Wortspezialisten Ellie außerhalb der Ruinen. Puh, begleitet Max E. Ah, oh, ah. Ob das eine gute Idee war, ihr Lieben? Ob das eine gute Idee war? In Kürze geht es los. Gebt da drinnen auf euch Acht. Ja, ja, super. Spieleranzahl 2. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war. Nein, wahrscheinlich eher nicht. So. Ja, hier. Max E Million. Dann geh mal los. Ach, du Scheiße. Das kann jetzt länger dauern. So, was entzieht dem ausgewählten Phasenjäger seine Energie? Okay. Da kann ich mich doch gleich wieder gar nicht drauf konzentrieren. Warte mal, hier leuchtet was. Äh, äh. Äh. Ah, Kristalle. Alles klärchen. Die will ich. Bleib mal hier ein bisschen in deiner... Okay, ich bleib nicht in deiner Nähe. Aber das ist cool. Er kommt zurück und kämpft mit mir. Und dann rennt er los. Dann rennt er los wie der wilde Wahnsinn. So, alles klärchen. Das haben wir. Er macht jetzt hier irgendwelchen wilden Kram. Okay. Max E Million. Nummer 5. Ja, mein Freund. Bist du fertig? Weiter. Alles klar. Ja, 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 ja. Alles wird gut. Lass mal hier schön meinen Roboterviech in Ruhe. Wir haben hier furchtbar wichtige Aufgaben zu erledigen. Ich darf die Kristalle nicht vergessen, aber ich sehe auch im Moment keine, ne? So. Doch, das Ziel ist im Sichtfeld. Ich schieße uns hier schon mal den Weg frei, mein Freund. Kommst du? Ja, er kommt. So, dann hole ich mal ganz kurz hier Le Kristalle. Dankeschön. Bist du noch da, Max? Ja, Max kommt da. Alles klar. Okay. Max, wo willst du hin? Nach da? Oder wohin? Ja, er will nach da, denke ich. Ja, ja, dann räumen wir schon mal hier gerade auf. Das Klärchen. So, okay. Er gibt mir das. Max macht sein Kram da hinten. Okay. Oh, warte. Da ist auch noch ein Kristall. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Irgendwie. Nur Max jetzt nicht aus den Augen verlieren. Alter, was war denn das, ey? Ich habe geflogen hier. So, mein Freund, es kann weitergehen. So, da haben wir auch noch einen Kristall. Gehst du in die Richtung, sehe ich das richtig? Das fände ich sehr schön, weil dann kann ich mir den Kristall hier gerade noch holen. Okay. 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 Okay, mein Freund, wir können weitergehen. Ich habe sechs Kristalle. Ich brauche nur noch vier. Wo willst denn du hin? Sag mal. Gehst du aber kacke. Da hinten ist Erz. Können wir da lang gehen? Sieht nicht so aus, ne? Aber okay. Den Kristall hier, den nehme ich auch. Ja, lass dir ruhig Zeit. Irgendwie sieht er ein bisschen aus wie ein Zwerg, ne? Finde ich. Oh, wo rennst du denn rum, ey? Was sollen wir denn hier hinten? Weißt du auch nicht, ne? Hm. Oh, oh, oh. Da. Da ist einer. Den will ich. Kommst du? Ja. Sehr gut, mein Freund. Ach ja, Kines. Wir haben alle Zeit der Welt, ne? Nur keine Hektik hier. Ja, was haben wir eigentlich hier hinten begleitet? Ach so. Okay. Ich hoffe, dann gehen wir jetzt langsam mal wieder zurück in Richtung Startpunkt Max E-Million. Okay, ich denke, er wies jetzt das da an. Ja, ja. Mach du mal hier dein Kram, mein Freund. Hier an dem Gerät. Und ich sammle mir hier den Kristall ein. Dann könnten wir ja vielleicht den ja schon mal wegmachen. So, mein Freund, komm weiter. Ja, ich warte nur auf dich, Alter. Und das war jetzt ne Aufgabe für, äh, zwei Leute? Im Ernst? Oh, okay. Okay, aber ich denke, das könnte man auch alleine schaffen, wenn man sich nicht ganz so dusselig anstellt, wie ich immer. So, da ist mein letzter Kristall. Alles klärchen. Ach, sehr schön. Dann haben wir das auch erledigt. Wunderbar. So, und wo rennst du jetzt hin? Hier wieder raus, ja? Jetzt haben wir hier einmal einen Kreis gezogen. Können wir wieder gehen, ne? Ja, sieht gut aus. Das schaut gut aus. Ach, nun komm schon. Hättet ihr mal ein Turbo einbauen sollen? Echt. Ich bin schon hier. Ach, guck mal, hier steht auch Maxi E-Million Nummer 1. Sehr süß. Oh, da ist Maxi E-Million Nummer 2. Wo sind 3 und 4? Man weiß es nicht, aber egal. Hey, wie geht's euch? So, ja, Nummer 5 lebt. Okay. Dankeschön. So, das als nächstes hier. Ach so, diese Batterieladestatus-Geschichte und überhaupt. Eine Million Dinge. Aber erst in der nächsten Folge, ihr Lieben. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei.